Hi Leute, hier ist wieder eure Lori. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem zweiten Video, das viel weniger chaotisch werden wird, hoffe ich. Ich habe gesagt, dass ich im nächsten Video ein bisschen mehr über mich erzählen werde. Darum habe ich mir gedacht, ich mache doch ein 25 Fakten über mich Video. Ich habe mal zur Hilfe einen kleinen Blog, weil ich kann mir das nicht alles merken. Es sind 25 Informationen. Fangen wir doch einfach an. Also, Fakt 1. Ich heiße eigentlich Lorena. Lori ist nur mein Spitzname. Fakt 2. Ich liebe Einhörner. Ja, das ist unschwer zu erkennen. Fakt 3. Ich zeichne sehr gerne. Das mache ich immer sehr gerne in meiner Freizeit. Fakt 4. Ich bin sehr tollpatschig. Ja, ja, das bin ich. Das ist total. Das ist bei mir so verrückt. Fakt 5. Ich bin ein kleiner Sportmuffel. Dazu muss ich, glaube ich, nichts sagen. Fakt 6. Ich schreibe gerne Geschichten. Fakt 7. Ich bin ein sehr offener Mensch. Aber zu Fakt 8. Ich kann auch sehr schüchtern sein. Das ist so, ne? Fakt 9. Ich bin ein Harry Potter Fan. Einer von vielen Millionen. Fakt 10. Ich wäre vermutlich ein Gryffindor. Das ist doch mein Lieblingshaus. Fakt 11. Ich trinke lieber Tee als Kaffee. Kaffee finde ich einfach zu bitter. Hab ich nicht gern. Fakt 12. Ich bin ziemlich crazy. Kann man unschwer erkennen. Fakt 13. Meine Lieblingstiere sind Hunde, Katzen und selbstverständlich Einhörner. Fakt 14. Ich war schon mal in Italien am Meer. Das ist so schön dort. Fakt 15. Ich bin Single like a Pringle. Ja, ich habe keinen Freund, keine Freundin. Ich bin ganz einsam. Ne, nicht ganz. Fakt 16. Ich habe eine Katze. Das kommt zu meiner Einsamkeit. Ich bin nicht ganz allein. Ich habe eine süße kleine Katze. Das ist die. Na, meine Süße. Oh, sie ist so knuddelig. Fakt 17. Mein Traumberuf war früher Tierärztin. Ja, ich wollte früher Tierärztin werden. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Fakt 18. Ich liebe es, Neues auszuprobieren. Deshalb habe ich auch mit YouTube angefangen. Fakt 19. Ich interessiere mich für übersehnliche Phänomene. Ja, so ein bisschen so. Ja, was man sich so vorstellt. Geister, Aliens und Co. Ja, ich bin ein bisschen so, ne? Fakt 20. Ich lese viel und gerne. Ja, ich bin wirklich so ein kleiner Lesewurm. Fakt 21. Ich liebe italienisches Essen. Ja, Pizza, Spaghetti und Co. Alles. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon wieder Hunger. Fakt 22. Ich habe schon mal vor über 100 Leuten einen Song gesungen. Ja, ja. Singen ist auch so ein bisschen was. Ähm, ja. Das ist so eine eigene Geschichte. Das habe ich mal gemacht. Ja, crazy. Fakt 23. Ich bin ein Fan der 80er Jahre. Ja, ich fand die einfach am besten, ne? Fakt 24. Ich schaue eher Filme als Serien. Ja, ich glaube, dazu muss ich auch nichts sagen. Ist einfach eine Tatsache. Fakt. Entschuldigt, Leute. Fakt 25. Sind wir schon? Ah ja. Das ist einfach meine Verpeiltheit. Mein Gott. Fakt 25. Das ist der Letzte. Ich liebe Emojis und benutze sie auch gern und habe natürlich auch Kissen, weil ich so ein riesen Fan bin. Zum Beispiel der Kackerhaufen. Ja, ich habe so mega eine riesen Kissensammlung. So ein süßes Dummi-Mädchen. Girl. Habe ich alle mal im Bett. Der berühmte Snapchat-Geist. Oh mein Gott, ich liebe den. Der ist so flauschig. Der glaubt mir das nicht. Und natürlich noch der coole Sonnenbrillen-Emoji. Der finde ich fast der coolste. Ja, Leute. Das war's auch schon mit den 25 Fakten über mich. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ein bisschen. Ja, wenn ihr Lust habt, schreibt doch was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Oder lasst gerne ein Abo da. Aktiviert doch die Benachrichtigungsglocke, wenn ihr Lust habt. Oder lasst ein kleines Like da. Würde mich über alles freuen. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.